hallo meine lieben freunde zu eurem zweiten video heute schon wieder das let's say you wer hat es gedacht und ja ich mag das spiel irgendwie jetzt und ja ich habe entschieden das als projekt aufzunehmen und ja ich weiß nicht aber ich weiß nicht ob ich mein softpack aufnehmen spiel habe ich immer noch aber also ich spiele es nicht mehr aber das habe ich noch das spiel diese ruhe nein ich bin zu gierig kann jetzt einmal konzentrieren konzentrieren zack keiner glaubt mir was ja wie geil ja man kann klappen was ja essen ja wieso macht er sich denn so nein ich dachte ich komme dadurch und kann den ein kreisen meine logik ich bin so dumm aber dass ich das oh den will ich haben und dann habe ich dich größer von dem eingenommen und dann klaut der mir auch noch was der rote zack ich weiß deswegen bin ich jetzt öfters gestorben aber ja zweimal gestorben okay was heißt öfters ich muss auch mal wieder der macht das schnell so schnell ich muss mich mal richtig eingreisen ich will mich aber ich will mich aber ich will dich aber wieso hat er sich nicht befreit und das weg geworfen sage ich jetzt mal so was wir weg geworfen okay dummheit ist da zack der nächste tot der ist aber auch ordentlich okay ja hallo können wir freunde sein auch wenn ich gleich umbringe ich will das alien essen da wollte mich noch schnappen kriegst nicht wieviel bin ich eigentlich ich bin einundzwanzigster erst boah ich dachte ich wäre wenigstens achtzehnter siebzehnter kann sich am arsch lecken alter ich werde mich schon holen zack achtzehnter siebzehnter siebzehnter mir ist das egal wenig einkreise ich will ihn einfach nur essen oh jetzt habe ich schon ganz 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 klein wo mags eingefangen und ich bin fast in den rhein ich verstehe nicht warum eigentlich das spiel gibt es gut ja aber wer hat das eigentlich entwickelt okay einer hat sich schon umgebracht ich verstehe nicht wenn die immer drin sind wie soll die das essen alter die werden doch eh sterben dann zack zack ja sagte ich doch ich bin vierzehnter oh je ich kann vielleicht in den top 10 jetzt kommen endlich ich kann vielleicht endlich mal in den top 10 kommen das ist nur einen wunsch ich will gleich mal so kleine fette haben der hat sich nicht doch dort sich ein bisschen ich weiß was da machen möchte zack zack so ich hole mir den snack noch den rest weil daran wird jetzt nicht gehen zack ich bin sogar immer noch verzehnter sterb doch einfach endlich bisschen 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 oh nein hier gehe ich weg ja ich habe sogar noch ein paar mehr mit eingefangen mit einer der ein bisschen groß ist da macht sich einer schnell ich weiß nicht wie sowas geht oder was Er fragt sich grad, wie geht sowas? Ah, nein! Hey, der war doch kleiner als ich. Wie hat der das geschafft? Ey, nur weil ich auf diese scheiß Anzeige geguckt hab, ne? Verliere ich jetzt einfach. Ey, das regt doch auf. Ey. Ich war fast 10. Weißt du, und dann passiert dieser Scheiß. Hier sind schon ein paar dicke Würmer. Oh, der war lang. Der war lang. Komm, jetzt müssen wir noch was von mir. Du Fotze. Dafür wirst du jetzt erstmal eingekreist. Und du auch. Schaff ich das? Ja, ich schaff es. Okay, da kommt keiner mehr raus. Und hab zugemacht. Nice. Du kannst dich wieder ein bisschen leveln. lol, was machen die da? Okay. Der hat den getötet jetzt. Aber der weiß, dass der jetzt getötet wird, ne? Aber ich hab das geschafft einfach, den einzukreisen. Zwei Stück sogar. Stirb doch! Wieso versuchen die das immer, wenn die eingekreist sind? Die wissen doch eh, dass die tot sind. Dass sie dann sterben. Das regt doch auf. Das regt doch auf. Und dann sag ich mal, vielen Dank zum Zuschauen. Lasst einen Like da. Und wenn ihr neu seid, ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, ob ich wieder Softpack aufnehmen soll. Dann sag ich mal, Ciao! Ciao!